Modellguss. Was ist ein Modellguss? Der Modellguss zählt zum Leistungsbereich der zahntechnischen Restaurationskunst. Es handelt sich hier um eine Gussprothese aus einem Stück, die als Zahnersatz verwendet wird. Sie wird mit Auflagen und Klammern an den Restzähnen befestigt. Die Prothese besteht aus einem Guss und wird in der Regel aus einer Kobalt-Chrom-Molybden- Legierung gefertigt. Auf dieses stabile Gerüst werden die Prothesensättel inklusive der künstlichen Zähne befestigt. Nachdem der Zahnarzt Abformung des Gebisses des Patienten genommen hat, wird auf dessen Grundlage mit speziellen Gerätschaften ein Modell hergestellt. Nach der Vermessung werden Bügel und Klammern eingezeichnet und auf dem Modell eingekerbt. Nach dieser Vorbereitung wird das Modell in Silikon oder Gel erstellt. Anschließend ist ein Duplikat des Modells in hitzebeständiger Masse notwendig. Diese wird dann in einem Ofen gegossen und ergibt den Modellguss.